Maya hat uns gezeigt, dass wir noch eine Menge zu lernen haben. Was ist er? Piksige Antennen. Piksige Füße. Piksiger Schwanz. So wie eine... Hanusche! Warum? Er, er, im Bienenstock habe ich ein Bild von ihm gesehen. Aber wo sind seine großen roten Augen? Und ist da nicht etwas zu klein? Ich bin nicht klein. Augenblick mal. Stock? Ihr seid Bienen? Lasst mich zufrieden. Saugt nicht meine Seele aus. Heute sind die Hornissen bei uns eingebrochen und haben unser Gelee Royale gestohlen. Wir müssen es zurückholen. Das Leben der Königin hängt davon ab. Ich glaube, die Königin muss sich hinlegen. Das ist sie, eure Majestät. Die Gelee Royale-Ernte dieses Jahres. Ja! Ugo, was ist das Problem? Es scheint verstopft zu sein, Ratgeberin. Dann sorg dafür, dass es wieder freikommt. Ich? Aber... Du musst einfach... Wie sie wünschen. Das königliche Gelee! Das riecht so lecky lecky lecker! Lecker! Weißt du, was du fast getan hättest? Das ist die Gelee Royale-Ernte des ganzen Jahres. Das Leben der Königin hängt davon ab. Sie kann nichts anderes essen. Ein ganz normaler Tag. Auf einer ganz normalen Wiese. Bis jetzt. Hallo! Mein Name ist Maja. Oh! Das erste große Kino-Abenteuer der kleinen Biene... Maja, wart auf mich! Maja! ...hat soeben begonnen. Dieser Bienenstock ist in großer Gefahr. Hornissen sind bei uns eingebrochen und haben unser Gelee-Royal gestohlen. Wir müssen es zurückholen. Das Leben der Königin hängt davon ab. Ich bin durcheinander. Was machen wir jetzt? Ich fliege voraus und hole das Gelee-Royal. Und ihr kommt mit der Königin nach. Das ist zu gefährlich. Du bist nur ein kleines Summchen. Zwei kleine Summchen. Und eine ganze Wiese voller Freunde. André! Jawohl, General Chef! Ich vergesse es. Zu befehlen. Wir vergessen es. Jawohl. Geht los mit uns, diese Fliegeninie. Komm in Majas Welt. Hallo, mein süßes Summchen. Und entdecke, warum Freundschaft für Maja so wichtig ist. Die Königin braucht uns, Willi. Wir müssen irgendwas machen. Keine Angst, wir retten dich. Mit den Stimmen von Cosmaschieber Hagen, Eva-Maria Hagen, Nina Hagen und Jan Delay als... Willi. 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 Die Biene Maja. Der Kinofilm. Ab 11. September im Kino. In 2D und 3D. signification. 1, 2D. Vielen Dank.